Mein Name ist Cortina Löwer von der Firma Jenny Fabrics. Wir sind das zweite Mal auf der Frankfurter Heimtextil am Stand von Trevira, stellen hier aus. Wir sind ein traditionelles Familienunternehmen aus der Schweiz seit 1834 in der sechsten Generation und freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, mit Trevira hier in Frankfurt eine Plattform gefunden zu haben, wo wir unsere Firma präsentieren können. Highlights der Kollektion sind vor allen Dingen eine ganz spezielle Technologie, die wir präsentieren. Das sind Drehertechnologien. Die Drehertechnologie ist fast verschwunden auf dem Weltmarkt. Sehr speziell, sehr ausgefallen, selbstgebaute Webmaschinen und kommt ursprünglich aus dem Gardinenbereich und wir haben diese Technologie wieder aufgegriffen und weben heute bei uns in der Schweiz weiterhin mit dieser Technologie. Es sind unterschiedliche Qualitäten in unterschiedlichen Gewichten, die wir hier zeigen und hoffen so eine gute Plattform gefunden zu haben, um das hier an der Heimtext vorzustellen.